Frau Ahrens, ich halte ihn auch für verdächtig. Meinetwegen überwachen Sie ihn, aber ich kann ihn nicht einfach einsperren, bloß weil er schon mal eingesperrt war. Bis jetzt haben Sie ja noch nicht mal sein Motiv. Aber ich bitte Sie, er hat 3,6 Millionen Motive, seine Komplizen aus dem Weg zu räumen. Vorausgesetzt, die beiden waren tatsächlich seine Komplizen, was erst noch zu beweisen ist. Machen Sie sich mal lieber auf die Suche nach der Brünetten, Frau Ahrens. Vielleicht ist die ja der Schlüssel zum Ganzen. Ja, natürlich habe ich den nötigen Abstand. Er geht jetzt gerade von der Wache weg und läuft auf das Taxi zu und steigt ein. Ich muss auflegen, ich melde mich noch mal. Wiederhören. Also noch mal. Es könnte auch andersrum sein. Seine beiden Freunde wollen ihn übers Ohr hauen. Er kommt ihnen zuvor und rächt sich. Und bei der Gelegenheit hinterlässt er in dem Zimmer seines Opfers rundherum seine Fingerabdrücke. Also so blöd ist er nicht. Er konnte ja sogar Sie überzeugen. Moment. Er hat mich überredet. Das ist ein enormer Unterschied. Und auch nur, weil ich sehr schwach war. Und überhaupt war es ein Fehler, sie einzuweilen. Nein. Nimm mal. Wo wollen Sie denn hin? Nach Hause. Victor. 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 Zorreplatz. Lenken Sie bitte das Messer weg, Frau Weger. Danke. Danke. Ich bin, das heißt, ich war ein Freund Ihres Mannes, Jan Moritz. Es tut mir wirklich leid, was mit Euren passiert ist. Und? Was wollen Sie? Ich habe ihn. Da ist er. Jan Moritz. Woher weiß ich denn, dass Sie wirklich der sind, für den Sie sich ausgeben? Ich meine, ich habe Sie doch nur einmal gesehen. Bitte. Danke. Sie müssen schon entschuldigen, aber Albert hat immer gemeint, wer den Kfz-Brief hat, dem gehört auch der Wagen. Ich bin Ihrem Mann noch was schuldig geblieben. Lassen Sie mal gut sein. Das Auto stand umsonst hier. Darum geht es nicht. Ihr Mann hat mir mal was geliehen. Von mir können Sie sich nichts leihen. Fehlanzeige. Nein, Frau Weger, ich will es Ihnen zurückgeben. Spätestens nächste Woche. Das ist lieb gemeint. Aber mit 2,50 ist das hier nicht getan. Es ist auch wesentlich mehr als 2,50. Ach was. Und das hat er Ihnen geliehen? Albert war ein feiner Kerl. Ja. Das war er. Aber immer klamm. Polnische Gänse sind eben billiger als unsere. Ich habe nicht ein böses Wort von Ihnen gehört. Nicht eins. Und wir hatten das wirklich nicht leicht. Was ist das bloß für ein Mensch, der einfach hingeht und... Das wüsste ich auch gern. Glauben Sie es mir. Es tut mir wirklich leid mit Albert. Sie haben doch nichts damit zu tun, oder? Sie haben doch nichts damit zu tun, oder? Sie haben doch nichts damit zu tun, oder? Sie haben doch nichts damit zu tun. Ist das nicht klar? Lass uns das nicht immer fl cadern. Wer einer Sähe? Ich weiß nicht, was ich. Was willst du? Die Verabredung war, du lässt mich in Ruhe. Bitte, bitte, steh. Bist du glücklich mit deinem Autohändler? Sind sie hinter dir her? Du musst mir helfen. Oh nein, ich bin raus. Tut mir leid, außer dir ist keiner mehr übrig. Hast du die beiden umgebracht? Nein, du? Bist du irre? Da fällt mir nur noch dein Autohändler ein. Ich will meinen Anteil nicht. Lass mich in Ruhe. Komm her. Jetzt kleben zwei Leichen an deinen Scheißdiamanten. Das Leben, das ich habe, setzt sich nicht aufs Spiel für kein Geld der Welt. Morgen kommst du und holst dein Auto, Herr Basta. Und lass Robert in Ruhe. Du kannst ihm nicht annähernd das Wasser reichen. Hör zu! Ich habe einen Käufer in Antwerpen gefunden. Und wie es im Augenblick aussieht, komme ich mit den Steinen nicht mal bis zur Stadtgrenze. Also wirst du sie dahin bringen. Nein, das ist nicht mein Problem. Ich ziehe dich da ganz tief rein. Ich sorge dafür, dass du hinter Gitternmutter wirst. Dein Autohändler wird doch bestimmt auf dich wagen. Was meinst du, Helena? Wenn du mir das kaputt machst. Ich schwöre dir, ich bring dich um. Das hättest du doch sowieso von. Die Diamanten sind im Wagen, im Tank, eingeschweißt und ein Stück Schlau. Du wirst einen Draht brauchen, eine Schlinge, um ihn rauszuholen. Jetzt gleich. Ich brauche früh, hol ich den Wagen ab. Die Polizei wird mir folgen und du bringst die Steine nach Antwerpen. Ist das jetzt klar? Vier Jahre Knast gehen an niemandem Spurlos vorbei. Ich entschuldige die Tür. Danke. Alles wieder gut? Nein, es ist nicht gut. Aha. Betest du oder willst du dich scheiden lassen? Victor, ich finde, wir sollten... Sollten was. Meinst du nicht, wir sollten versuchen, irgendeine Art von Bilanz... Hä? Entschuldige, Victor, ich weiß, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber... Bilanz. Kannst du haben. So ein Theater. Victor, ich versuche doch nur rauszufinden, was im Moment gerade schiefläuft zwischen uns. Ich ziehe Bilanz und lege sie dir auf den Schreibtisch. Morgen früh, 8 Uhr. Sag mal, bin ich jetzt schuld, dass du mich anlügst? Weil ich einmal in die Spielbank gehe, ohne dich um Erlaubnis zu fragen. Einmal? Einmal, wie du... Ach, hör auf, ich habe 200 Euro verloren, nach uns. Du lügst doch schon wieder. Weil man mit dir nicht reden kann. Ich lüge ihn an und werfe ihm auch noch vor, dass er mich anlügt. Und alles nur wegen diesem Jan Moritz. Mein Gott, wie mir das passieren könnte. Wenn Sie nicht mit ihm gegangen wären, wir hätten niemals seine Fingerabdrücke in dem Zimmer gefunden. Ich meine, es hätte Wochen gedauert, bis wir eine Verbindung festgestellt hätten zwischen Schömer, Weger und Moritz. Wenn überhaupt. Wohin wird man wohl von Lübeck aus strafversetzt? Belgoland? Sie hatten doch keine Ahnung, auf wen Sie sich da einlassen. Das wird nicht mal eine Anhörung geben. Na, Viktor wird demnächst einen Bericht schreiben, also gibt es eine Anhörung. Ich denke, er weiß von nichts. Ja, ich muss es ihm sagen. Morgen oder übermorgen. Das ist keine gute Idee. Er wird mich bis an mein Lebensende nach der Brünetten fragen. Sie kennen ihn doch. Es ist, weil er es Ihnen nicht zutraut. Das macht Sie so wütend. Wäre das Haar blond gewesen, hätte er Ihre Fingerabdrücke auf der Bettkante gefunden. Sie wären sofort aufgeflogen. Aber bei mir kommt er nicht mal ein Ansatz auf diesen Gedanken. Das heißt doch nichts anderes, als dass ich für Viktor das Alte bereits erreicht habe, indem ich für andere Männer nicht mehr attraktiv bin. Also das Gefühl habe ich nicht. Das ist ja auch nur rein äußerlich. Also ich sage Ihnen jetzt mal, was der Nachtportier zu berichten wusste. Das wird Ihnen gefallen. Also, die Lady, damit meint er sie, hatte ein apartes Lächeln, eine erotische Stimme und, Achtung, jetzt kommt's. Sie war deutlich beschwingter als die Dame, die Herrn Schöme am Abend zuvor einen Besuch abgestattet hat. Die kam gegen zehn und blieb etwa eine halbe Stunde. Ihren Namen hat sie nicht gesagt. Es lag ihr sehr viel daran, nicht erkannt zu werden. Ja, meine Herren, also damit es klar ist, dieser Wagen wird von Ihnen und von Ihren Mitarbeitern nicht gefahren. Ja. So. Und von wem kriege ich jetzt eine Entlastungserklärung? Sind Sie das? Von mir. Frau Hindelang, Sie haben 1998 für das Juweliergeschäft Weishaupt in Hamburg gearbeitet. Ich habe für diverse Juweliergeschäfte gearbeitet. Auch für das Geschäft Weishaupt in Hamburg. Sechs Monate. Dann lernte ich meinen Mann kennen. Und kaum hatten Sie gekündigt, raubte Jan Moritz die Weishaupt-Filiale aus. Wobei es ihm spielend gelang, die Alarmanlage zu überwinden. Es gibt eine vereidigte Aussage von mir. Was wollen Sie noch? Sie haben ihm nicht zufällig verraten, wie man das System ausschalten kann. Wieso sollte ich? Ich kannte ihn überhaupt nicht. Ja, ja. So steht das im Protokoll. So ist es auch. Was ist mit Egon Schömer? Kannten Sie den? Egon wer? Schöner? Schöner. Ja, bitte? Sie sparen sich die Überwachung und ich mir das Taxi. Darf ich? Ich muss nach Lübeck meinen Wagen abholen. Sie haben übrigens sehr schöne Zähne, wenn ich das sagen darf. Ich glaube, Sie wissen noch nicht das Neueste. Und das wäre? Wenn ich sehe, mit was für Werkzeug hier hantiert wird. Ich möchte mich ja nicht in Ihre Arbeit einmischen, aber wissen Sie, wie teuer die Ersatzteile sind? So teuer? Lassen Sie einen Profi einfliegen. Ich möchte, dass ein Experte meinen Wagen auseinander nimmt. Sag das mir doch einfach, wo ich suchen soll. Dann sind wir ja ganz schnell fertig. Wenn ich was zu verstecken hätte, was ich nicht habe, dann würde ich mir ein Loch kramen. Im Auto verstecken die Deutschen nach wie vor am allerliegsten. Ihnen würde sich der Magen umdrehen, wenn Sie wüssten, was wir da schon alles gefunden haben. Danke. Im Tank. Wo sorgt es? In Schlauch eingeschweißt. Uralter Schmuggler-Trick. Für so naiv hatte ich Sie eigentlich nicht, aber sicher ist sicher, hm? Herr Moritz, es kann Ihnen doch gar nichts passieren. Außer, dass Sie auf einen Schlag um 3,6 Millionen ärmer sind. Aber dann haben Sie ja immer noch Ihr Auto. Also.